In meinem Medizinstudium möchte ich nicht in der Masse untergehen und als Mensch wahrgenommen werden. Meine Damen und Herren, wenn wir die Minuten erreichen, wir haben auch Kopfbahnhof. Ich will in einer spannenden Metropole leben. Und mich auf meinem Campus wie zu Hause fühlen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hey Luca! Ich will alle Möglichkeiten einer herausragenden medizinischen Ausbildung. Von über 400 Dozierenden aus der Branche lernen. In top ausgestatteten Räumlichkeiten. Während des klinischen Studiums in der Praxis genauso fit werden wie in der Theorie. Nur in kleinen Gruppen arbeiten. Und dabei die neueste Technik genauso gut kennenlernen wie meine Profs mich. Ich will das Campusleben mitgestalten. Nimm mal noch unsere AGs teil oder gründe selbst eine. Die beste Zeit meines Lebens haben und mich sozial engagieren. Ich gehe wohl dann gegen Krebs. Ich will den Klinikalltag in den sieben Asklepios-Kliniken in Hamburg von Anfang an intensiv erleben. Und Teil eines spannenden Netzwerks sein. Damit ich direkt in meine medizinische Karriere starten kann. Dein Asklepios Campus Hamburg. Deine Perspektive. 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 Untertitelung des ZDF, 2020